Macmillan Alles klar, ich hau hier auf jeden Fall durch die Falltür ab, Freunde Ah, der geirrt sich die Truhe Aber wir haben ja auch keine Truhenwette Sondern eine Killerwette Dover Seifo Dover Router Alles doof Ah, Logic, nice try Nice try von Logic hier Logic donated Und nice try von Ella Alles klar, da wollten sie mich beide trollen Wollten sie beide, dass ich verkacke, ey Der Logic schreibt, damit die fette Sau nicht vom Fleisch fällt Happy Hour Oh Schnell in das Haus Grants, lass mich nicht packen Ja, ich bleib hier stehen Kriegst mich nicht Hey, du hast noch eine Falle in der Hand Wow Damit hab ich nicht gerechnet Ey, nicht hauen Okay, ich glaube er hat genug Oh, well played Hä, der hat die doch gar nicht gelegt Hä, der will mich trollen Der wollt mich trollen Ich bin unbesiegbar Du kannst mir mit Fallen nichts anhaben Ich hab kurzzeitig erst überlegt Ob er das Perk hat Dass er zwei Fallen tragen kann Das wär halt mega heftig gewesen Dann hätt ich voll verkackt So, wartet, wartet, wartet Die Ella hat auch noch ne Donation rausgekloppt Haben wir ja gesagt Und ich schau gleich Sofort, was sie sagt Wenn ich hier am Generator bin Lass uns doch nochmal versuchen Einen Generator zu treffen Ja, es war knapp, Ella Du musst an deinem Timing noch minimal arbeiten Aber nice try Nice try Okay, ich muss mehr in der Zielkategorie machen Da kommt der Killer Wollen wir nochmal mit ihm spielen? Hey, geh weg Das ist mein Killer Hallo Hey Oh, herrlich Soll ich öffnen? Wir haben ja noch so viele Add-ons Ne Ich ärgere ihn noch Viel mehr Bock ihn noch zu ärgern Stell dir mal vor Jetzt hätte er da eine Falle hingelegt Dann wäre ich am Arsch gewesen Ich wäre so am Arsch gewesen Ja Die Tür ist offen Dann gehen wir durch die Tür 2000 extra Punkte hole ich mir Die gute Falltür Ohne den Schlüssel verwenden zu müssen So zockt man richtig Leute Herrlich So wir haben gute Punkte gekriegt Obwohl wir eigentlich recht wenig gemacht haben Zum Ende hin Weil wir den Killer einfach nur getrollt haben Wie wir trotzdem zu Macmillan anwesend kommen Der Schutzwald Oh nein den Schutzwald hasse ich Den Wald finde ich echt nicht so cool Okay Egal Da vorne lief er Ist es wieder der Trapper? Da rechts lief er Es sah nach dem Trapper aus oder? Moin Private Yoshi Grüß dich Schön dass du vorbeischaust Auch fast jeden Abend inzwischen hier der Private Yoshi war Es ist übrigens der Trapper Leute Okay Er ist weg Müssen ein bisschen aufpassen Auf fallen Oh Rabbit wurde gehauen Die anderen haben auch schon einen Generator gemacht Leute Da hinten rennt er An dem Generator da hinten Kommt er hier her? Okay Ich will mich halt nur nicht erschrecken Dann verkacke ich es nämlich wieder Und dann sterbe ich Nichts drin Moin Mojay Grüß dich So die Luke müsste übrigens gespawnt sein War hier nicht ein Generator irgendwo? Na hier Oh shit Wo Da vorne Probieren kann man es mal Aber er winkt Ihr wisst ja was es heißt Ja 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 War noch nicht meine Trap. Hätte ihn also befreien können. Oh, die eine Tür scheint schon auf zu sein. Die hier noch nicht. Nice. Points. Loll, wieso passiert das immer? Ich weiß nicht, ob unsere Punkte reichen. Ich habe nicht viel gemacht. Ich habe echt nicht viel gemacht. Vielleicht muss ich mich noch einmal jagen lassen am Ende von ihm. Oder die Falltür suchen. Hier so eine Kiste noch einmal öffnen. Ich habe beim Trapper aber immer Angst, dass ich in eine Falle hüpfe. Ich höre nichts. Ich höre sie noch nicht. Ich werde in der Falle Tränen und sterben, jämmerlich. Okay, warte. Hier können wir noch ein paar Points farmen. So. Ja, habe ich auch gedacht, Monster HD. Wenn er jetzt hier runterkommt, bin ich tot. Da geht er. Da ist übrigens die Traptor. Yes. Wir haben es geschafft. Wir haben 1500 gibt es, wenn man den mit dem Schlüssel öffnet. Nice, Leute. Mit dem Schlüssel haben wir es geöffnet. Boah, guck mal, wie knapp das aber war. Das war richtig knapp, ey. Alter Vater. 14300. Nice.